Ich hab mich hier wieder... Scheiße, unser Bett wurde abgedreht. Egal, 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 ich töte sie, ich töte sie. Shut up, John. Hey Leute! Und ja, endlich mal wieder ein Video. Und dabei ist mal wieder diese komische Kartoffel. Und ich muss euch eins sagen, ab jetzt kommen wieder regelmäßig Videos. Man kann es gar nicht glauben, aber es stimmt tatsächlich. Und um gleich die Fragen zu beantworten, die immer öfter in der letzten Zeit gestellt wurden. Ja, es gibt halt eine Battle-Staffel. Und ja, es kommt bald der Nachfolger von Bloody Beach. Und da freu ich mich ehrlich gesagt schon drauf. Bloody Beach da, also der Nachfolger, der wird richtig geil. Und der Marcel, der hat mich vorher gefragt, was ist überhaupt Bloody Beach? Hast du es dir mittlerweile schon angeschaut? Ja klar, weil ich in den 10 Sekunden auch so viel gekommen bin. Okay, also Bloody Beach ist auf jeden Fall richtig geil. Und der Nachfolger wird einfach noch besser. Also ich glaube, ich mache mich jetzt mal an die Arbeit, die Scheiße hier zuzubauen. Ich glaube, du machst jetzt mal an die Arbeit, dir Bloody Beach anzuschauen. Okay. Ja, ja. Wo ist unser Bett eigentlich? Äh, was weiß ich. So, äh. Ich komme aber auf jeden Fall erst mal Blöcke. Dann, äh, baue mal unser... Äh, bau das Bett mit Kisten zu. Die gehen, äh, schwerer abzubauen. Weißt du? Ich brauche das mal hier. Ich muss das mal ein wenig hier rüber schaffen, ne? Rüchte schön mit Kisten zu bauen. Äh, der eine, der baut sich schon in die Mitte. Gibt es denn nirgendwo Eisen aus in der Mitte? Das ist echt blöd. Nee, hier. Auf, ähm, nicht hier, aber da drüben, wo du eben am Anfang hingegangen bist. Dann kannst du, tu mir einen Gefallen, bau, kauf Kisten und bau das Bett wirklich... Der ist so ein Idiot. Äh, und bau das Bett bitte, bitte, bitte mit Kisten zu. Ich versuche jetzt... Oh Gott, hier sind so viele Leute. Ich habe genau eine Kiste. Oh, der Bitch feiert mich. Lass mich. Ich will doch nur gehen. Du hast, du hast nix. Du hast nur die Faust. So, äh, verfolgt er mich? Nee, der verfolgt mich nicht. Gut, ich habe auf jeden Fall schon mal acht Gold. Damit können wir uns schon Bögen kaufen, oder? Habe ich eigentlich gesagt, dass wir Bad Boss spielen? Auf Gomme, Hadi. Ey, mach jetzt nicht die Schleifwerbung. Das ist nicht erlaubt. Ah, naja, nachher werde ich noch auf Gomme noch gewandt wegen Werbung. Warte, ich gebe hier auch mal Gold für den Wogen. Äh, so. Danke. Hast du Eisen? Kannst du mir so ein bisschen geile Sachen kaufen? Ich wollte eigentlich zwei... Ja, hier, ich habe nur zwei Sachen. Du darfst es nicht daheinlegen. Die klauen uns das alles. Ich habe es dir zugeworfen. Ja, das habe ich aber nicht, weil das hier mein, unser lieber Herr Teamkollege geklaut hat. Echt, das ist so schlimm hier auf dem Sauer. Bitte, Leute, denkt doch ein bisschen an Steamplay. Das ist so scheiße. Oh, das ist so. Ich brauche sowieso was zum Essen. Gott, ey, das ist richtig wie so ein Keiner legt was in die Kiste. Das ist echt richtig nett. Guck mal, ich lege hier Äpfel rein, aber niemand anderes für uns macht das. Das ist voll scheiße. Teamplay hier, das wird ganz groß geschrieben. Wirklich. So. Danke für den, die Sachen. Für den, für den Dingens auf jeden Fall. Den Bogen. Äh. Ja, bitte. Ich bräuchte jetzt aber immer noch ein Schwert oder sowas. Das wäre ganz cool, aber ich habe mir überhaupt kein Eisen. Ja, wo ist denn jetzt das? Da, genau da. Das Spawned-Eisen, okay. Na gut, dann warte ich halt jetzt einfach hier und scheiß drauf, ne? So, mach ich das einfach so. Ja, siehst du, du scheißt ja schon. Das ist ja schon überall braun. Ja. 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 Das dauert das lange, bis da was spawnt. Ich wette, irgendeiner hat so richtig viel Eisen im Inventer. Denkt sich einfach, ich bin ein Arschtauch. Ich kipp das Eisen nicht, der... Mäh, 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 mäh. Gott, ich habe so richtig schöne Mikrohugler irgendwie gerade. Das ist echt geil. Ich will auch bei Bloody Beach mitmachen. Äh, Bloody Beach. Das wird nicht mehr Bloody Beach heißen. Das hat einen neuen, viel cooleren Namen. Funny Beach. Hat zumindest. Äh, genau. Das heißt Funny Beach. Neue Projekt. Mit, äh, Dom's, Flay und mir. Ja. Dom's, Flay und mir, genau. Scheiße. Komm, komm her, Eisen. So. Ah. Ohne Spaß, warum habe ich so scheiß Rukla immer wieder? Das ist voll kacke. Ja, keiner legt das in die Kiste. Ich wette, jetzt hat er sich das Eisen schon... Nee, hat er nicht. Okay. So, ich gehe einfach mal... Jetzt wolltest du wieder verurteilen, ne? Ja, jetzt wollte ich Vorurteile machen. Geben. Bringen. Alter, in der Mitte wird einfach schon mal... Das Team Rot ist richtig gut koordiniert, ey. Schau dir die mal an. Die sind echt... Alter, warum legt das alles so? Das ist ja nicht mehr normal hier. Aber Team Rot ist auch immer sehr gut. Das ist die neue Grafikkarte doch nicht total, ne? Das hast du dir da bloß für eine scheiß Grafikkarte geholt, ne? Echt mal. So ein Dreck. Hä? Ohne Spaß. Die Rot ist richtig gut koordiniert. Ja, aber warum haben sie denn unser Eisen zugebaut? Der hat unser... Das ist irgendwie blöd. Oh, der spielt echt gegen uns, oder? Der Koyan 0-2. Nein, der kommt da nicht raus. Der hat nichts. Ein anderer hat das zugebaut. Wer hat das denn zugebaut? Ähm. What the fuck? Ich glaube... Das gibt's ja nicht. Mir ist da eben einer entgegengekommen. Ich weiß aber gar nicht, welcher Name das war. Finde ich ein bisschen assi. Ich kann dir auch fast nicht vorstellen. Nee, hier war kein Gegner von mir. Das war echt assi. So, einer von unseren Grünen ist schon in der Mitte und fightet da ganz tapfer. Ich gehe einfach mal zu ihm. Ja, helfe ihm mal. Und helfe ihm jetzt mal schnell. Ich versuche mal hier ein paar Kisten zu fahren. Oh nein, er wurde gekillt. Der Arme. Kannst du mir mal sagen, ob jetzt irgendwie so einer von hinterher... Ja, guck, 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 guck. Hier kommt gelb von hinten. So richtig von hinten. Oh, von hinten. Ja, man. Oh Gott, das ist wieder so ein roter. Komm mal in die Mitte, bitte. Komm mal in die Mitte, du faule Stück. Ich bin auf dem Weg. Ich bin... Ich werde hier von allen Seiten hier so geslayt. Ich brauche ein Schwert. Ich kann mich hier echt nicht mehr lange halten. Ich sag dir, ich haue jetzt ab. Ich haue jetzt ab. Ich haue jetzt ab. Hilfe. Komm, lauf. Ja, dich verfolgt keiner. Ich hasse diese schmalen Stege. Wenn ich jetzt hier vor dem Fall getroffen werde, dann... Ich sehe es aus mit den sieben Stück Gold. Ja. So, erstmal was essen. Essen, 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 essen. Ich lege jetzt einfach mal das Gold in die Kiste. Es wird bestimmt sofort geklaut. Aber egal. Nee, ich würde gerne Kisten. Ich brauche Kisten, aber... Ich habe kein Eisen. Ich muss mehr Eisen. Alter, ist da in der Mitte gerade. Die Party, ey. Die Party des Joris. Da wird gerade hier gefeiert. So eine Orgie. So eine Kill-Orgie. Wir müssen auf jeden Fall mehr Bad Wars spielen. So, der killt heute mit Spitzhacken. Bad Wars macht einfach... Ich glaube, das macht so richtig viel Spaß, wenn in so einem großen Team bist. Also in einem Team mit einer Party oder so. Ich glaube, dann bockt es... Ja, es gibt ja auch Zweier-Teams. Wir hätten ja auch ein Zweier-Team machen können. Hätten wir. Stimmt, hätten wir wirklich. Oh Gott, ich muss wieder weg. Hilfe. Ich bin gleich tot. Gut. So. Unser Wirt wird langsam zugebaut. Aber hier ist der Robin-Bob. Der Robin-Di... Der Robin-Rob-Hop. Rob-Hop. Guck mal hier. Die hacken... Hier hacken schon die ersten. Nee. Ich glaube, wir müssen aber echt mal so langsam auf den Gegner los. Ähm, was ist das für ein Schaf, was da in die Mitte rennt? Was für ein Schaf? Dreh dich mal um. Ja, ich habe das eben schon gesehen, aber das leckt irgendwie. Da war so ein TNT. What the fuck? Das hat ein TNT-Stück, das Schaf. Ich glaube, das kann man nicht irgendwie kaufen oder so. Warum? Hä? Alter, wenn das jetzt gleich in die Luft geht, wenn ich... Ja, geil. Wer auch immer, das... Ist es in die Luft gegangen, oder? Ja, und hier ist gerade ziemlich viel kaputt gegangen. Ich komme in die Mitte. Ist gerade so richtig uncool. Ähm, pass auf, weil da sind richtig viele Rote, die gut ausgerüstet sind. Aber der Kojan, ich glaube, der macht das hier schon. So, möchte ich dir mal helfen, Kojan. Da kommt noch ein gelber. Alter, die haben richtig gute Schwerter ohne Spaß. Ich muss mir auch gleich mal bessere Schwerter kaufen. Aber ich habe überhaupt gar keine Eisen. Ich habe ja immer noch mein billiges Standard-Schwert. Das macht gar keinen Spaß. Ich versuche, die dabei rot zu treffen. Ja, ich treffe sie sogar. Ich treffe sie sogar alle bei rot. Ich habe ein... Was? Habe ich denn getötet? Map? Ja. Guck mal. Ey, It's Squeezer wurde von Lovely Potato getötet. Ja, ich habe über die halbe Map geschossen, mein Freund. Das ist echt... Wow. Oh, dieser Rob-Hop chillt die ganze Zeit bei dem Eisen. Deswegen kann ich nicht weiter zubauen. Das ist übelst nervig. Das ist echt blöd, ne? So, aber ich habe hier auf jeden Fall eine ordentliche Portion Gold. Und da kommt schon ein Blauer, der sogar sehr schlecht ausgerüstet ist. Ich glaube, die Blauen sind ziemlich arme dran oder so. Die haben irgendwie, glaube ich, gar nichts mehr. Ihm, ich habe ein Gelber. Ein Chinesen. Wer, du fällst da runter. Ein Chinesen. Ne, ja. Chinesen sind Gelb, oder? Ja, ja. Das sind die Gelbhäutigen. Okay. Wow, nice. Trickshaws hier. Ich liebe Ficknoten. Vergiss nicht, Aufnahme zu drücken, du Backfisch. Sag Kanal, oder du bist keiner. Was? Hä? Ich glaube, der... Ich glaube, das sind Makros. Ich bin mir nicht sicher. Glaube ich nicht. Warum sollten das Makros sein? Erzähl mal. Hä? Erzähl mal, hä? Nein. Ich glaube, wir müssen jetzt echt mal so langsam hier auf irgendwie so einen Gegner los oder so. Ja, ich habe gleich das Gefühl. Hast du Eisen für mich? Ne, ich versuche die ganze... Ich gammel mir das schon die ganze Zeit, weil ich hier das für die Kisten brauche. Warum bin ich eigentlich der Einzige von unserem Team, der in die scheiß Mitte geht? Das kann doch nicht wahr sein. Weil ich die Kisten zubaue und der Rest AFK rumsteht. Das ist geil. Ich glaube, den anderen Teams geht es nicht anders. So, jetzt kann ich mir endlich mal ein besseres Schwert kaufen. Es wird aber auch mal langsam Zeit hier. Ach, mit Gold. Oh, ich würde mir am liebsten so ein richtig geiles Eisenschwert kaufen, aber das mache ich einfach mal nicht. Wäre zu assi. Dann haben die Gegner ja gar keine Chance mehr, ne? Oh ja, das wäre richtig fies. Ich habe echt das Gefühl, ich bin ja nicht gut im PvP und das sage ich ja auch irgendwie jedes Mal. Aber ich habe manchmal das Gefühl, es gibt einfach noch viel mehr Leute, die noch viel schlechter sind als ich im PvP. Ja, es gibt immer Leute, die schlechter und besser sind als du, glaub mir. Ja, und das Problem ist, mit diesem Ruhklang kann ich echt nicht gescheit spielen, das ist ziemlich scheiße. Aber woran liegt denn das? Ich weiß nicht, woran das liegt. Das liegt, glaube ich, so ein bisschen gerade an der Aufnahme. Vielleicht habe ich das Programm doch ein bisschen... Oh, wieder so ein Trickshot, ey. Hammer. Geil. Oh, hier steht noch vor mir. Ich liebe es, ich bin gleich tot. Hilfe, 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 Hilfe. Ich habe nur zwei Herzen. Du schreist immer so hysterisch, ne? Aber ich kann dir doch nicht helfen. Ich habe auch nicht hysterisch. Hysterisch ist was ganz anderes. Nein, überhaupt nicht. Ich brauche auch eine bessere Rüstung, weil ich habe auch die billigste Rüstung. Ich habe hier nichts Gescheites. Ach, der lässt immer diese Schafe... Ey, warum macht der das? Die bringen doch überhaupt nichts und kosten unnötig Geld. Hier, der Koyan, der darf kein Geld bekommen, ja? Der verschwendet das nur. Der schießt die ganze Zeit nur mit dem Bogen, das war's. Oh, ich mache jetzt mal hier Protection 2. So. Und ich glaube, ich hole mich hier auch jetzt mal gleich mit ein bisschen mehr Gold, ein bisschen besseres Schwert. So, jetzt brauche ich noch ein bisschen mehr Endstone. Ich glaube, ich bin der Einzige, der... Bin ich schon mal gestorben? Noch gar nicht, oder? Nee, weil du immer so hysterisch reißt. Ja, siehst du mal, ne? Das hat halt auch so seine Vorteile, so ein bisschen hysterisch zu sein, Dude. So, ich hole mir jetzt aber auf jeden Fall mal schöne Rüstung. So, ein Cap. Ne Hose. Also, ich finde, ich habe das Bett ganz gut zugebaut. Ich habe jetzt auch den Weg weg gemacht. Ah. So, jetzt hole ich ihn mir noch. Ich hoffe echt, man sieht die Aufnahme, die so hochlaube. Ich denke schon, dass man die sehen wird. Naja, egal. Also, bei mir läuft es sogar flüssig auf 60 FPS. Das ist dauerhaft auf 60. Das ist voll geil. Ausnahmsweise. Ausnahmsweise. Mal bei dir, okay. Was ist das hier? Warum baut der Typ hier immer irgendwelche Scheißen? So ein ganz ehrlich, das Gold lasse ich jetzt einfach im Inventar, weil ich will mir so ein richtig geiles Schwert kaufen. Ja, und das behalte ich jetzt. So egoistisch bin ich jetzt. Wir können auch irgendwo ganz undercover für uns eine eigene Kiste hinlassen. Äh, nee, das machen wir lieber nicht. Das ist so assi. Also, das, das, das ist asozial. Muss man hier aber auch noch sagen, ne? So ein Verhalten von dir, das hätte ich jetzt auch gar nicht erwartet. Doch, ich kann auch ganz anders. Mein Freund. Okay. Echt, ich komme mir gerade so vor wie der PvP-Pro-Schlechter. So, ich bin auf dem Weg zu dir. Ich muss ein bisschen wegrennen. Ich bin hinter dir. Ja, und dann deck mich mal bitte kurz. Ich muss was essen. Alter, diese... Oh, klar. Ohne Spaß. Der hat ein Eisenschwert, yo. Echt? Siehst du, genau dieses Eisenschwert will ich bitte haben. Okay, ich bin das erste Mal gestorben. Hier habe ich ein Eis-Schwert. Hier liegen wieder drei Eisen. Warum sind die... Warum geht keiner von uns... Also keiner von denen hier in die Mitte? Das ist doch scheiße. Naja, wir können ja jetzt... Komm, wir machen jetzt mal ein bisschen koordiniertes Teamplay hier. Ich habe übrigens meinen Bogen verloren. So, und ich pausier mal ganz kurz die Aufnahme und guck, dass das jetzt gleich ein bisschen flüssiger läuft. Mach das, mach das. Warum leckt das denn so? Das ist doch nicht mehr normal hier. Das leckt aber auch jetzt gerade. Java-Ding ist was geändert. Das ist auf jeden Fall mal weiter auf. Ey, was hast du denn getan, Bruder? Das darfst du nicht wahr sein. Ich habe es dir doch eben gesagt. Du musst einfach... Ich habe es nicht verstanden. Ich habe es nicht verstanden. Also, ich habe es... So, jetzt campen die alle da vor uns. Und warum baut der das hier zu? Das verstehe ich auch nicht. Ja, das habe ich mich gerade gefragt. Ich hasse diese Leute, die immer so alles zubauen. Das bringt überhaupt nichts, außer dass man nicht merkt, wann ein Gegner zu einem läuft. Weil man nichts mehr sieht. Ich habe jetzt eine Spitzhacke. Warum ist das hier so zugebaut? Ohne Spaß! Ich habe eine Spitzhacke, ich komme. Kann ich mal durch? Äh, natürlich, sowieso immer. Du kannst mittlerweile durch Leute durchlaufen, wusstest du das nicht? Ich wollte nicht, dass du mich abschießt. Geht doch gar nicht. Da sind drei Gelbe in der Mitte. Ich kann dich nicht abschießen. Achso, okay. Weißt du, ich mache jetzt... Ich mache... Okay, ich bin... Scheiße. Oh, diese Ruckler. Ich glaube, ich spinn hier. Das darf doch nicht wahr sein. Ohne... Ohne Spaß, der. Ohne Spaß. Warum ruckelt es so? Ich habe einen getötet in der Mitte. Ich habe den zweiten Gelben in der Mitte. Er hätte mich doch gewundert, wenn es so besser läuft. So, und jetzt... Jetzt hole ich mir gleich den dritten in der Mitte. Oh, dir die? Ich gucke noch mal ganz kurz, was hier verdammt noch mal los ist. Ich habe das komplette Team in der Mitte gerackt. Alle sind tot. Was ist jetzt hier oben? Echt jetzt? Du hast die alle gerackt? Ich habe alle vier in der Mitte geholt von Team Gelb. Okay. Das ist unglaublich. Die sind voll schlecht. Ich weiß noch nicht, was ist jetzt hier oben in diesem Turm drin? Ist da irgendwas Besonderes? Da waren die alle drin, hier oben. Ich... 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 Schnee ist Heka. Echt... Dich... Vergaben. So, den Team Rot habe ich auch ausgelöscht. Ich hole mir jetzt mal ein bisschen Gold hier. Komm schon. Ein bisschen Gold noch. So, ich bin heute noch immer wieder da. Und ich werde hier echt nicht schlau draus. Und ich... Ach, ich bin ja gestorben. Das heißt, ich muss mir alles neu kaufen. Yay. So, ähm... Da ich meine Teamkollegen kenne, wird alles... Oh, hier liegt sogar ganz viel Eisen. Sehr schön. Sehr schön. So. Ich habe zwei Gold für... Ich habe vier Gold mitgebracht. Warte hier. Vier Gold... Vier Gold für mich, das ist aber nett. Oh, bist du süß. Ja, ich habe das... Ich renne jetzt wieder in die Mitte und hol mir die alle. Mach das. Schnapp sie dir, Tiger. Komm, schnapp sie dir. Warte. Aus welchem Film ist das? Ja, beste sein wie keiner von mir. Naja. So, wieder ein Rot in der Mitte down. So, jetzt höre ich mal die gute Rüstung hier. Ich versuche mir jetzt wieder ein bisschen Gold in der Mitte zu snacken. Scheiße. Warum leckt der? Ey, ich raste hier gleich nur aus mit diesem verdammten Mikro-Klang. Das ist richtig mies. Ich kenne das. Das habe ich auch. Gehört eine Zeit lang. Ich könnte mir auch fast vorstellen, das liegt irgendwie an... Weil mit... Ohne Optifine... Das liegt einfach an Optifine, glaube ich. Ich habe so eine komische... Ich glaube, ich habe so eine komische Beta-Version installiert aus Versehen und nicht die normale. Oh ja, das ist... Das ist dope, ne? Ich bin aber gerade nicht sicher. Jetzt will ich ja auch nicht die ganze Zeit irgendwie in den Einstellungen rum... Das ist ja voll langweilig und so. Egal. Äh, Multicall. Das wird auch nicht besser hier alles. Echt blöd. Vielleicht ein bisschen bessere Rüstung? Ist zumindest so... Oh man, das ist ja so blöd. So. Können wir gleich ein bisschen sein für alle. Ich habe auch ein Kettenhemf... Ach nee, hast du schon? Oh, ohne Spaß. Das ist richtig schlimm. Es ruckelt einfach alles. Sieben Gold sind in der Kiste, ne? Sieben Gold? Okay. Du hast nicht Shift gedrückt und dir alles gemacht, was du machen konntest, oder? Doch. Oh man. Es ist nur Bronze. Wir haben genug Bronze. Ich weiß, aber das ist mir... Das ist mir früher am Anfang auch immer passiert. Wir haben genug Bronze. Aber trotzdem. Pass auf, das versucht einer zu snipen. Diese Scheißrücker, ich raste hier. Ich wette, die Aufnahme ist am Ende einfach nicht verwertbar, weil es so schlimm ruckelt. Oh nein! So habe ich den aber gut getroffen. So, wieder einer in der Mitte tot. Bitte komm nicht hier hoch. So, Mr. Blue. Bist du in der Mitte oben? Ja, ich bin in der Mitte oben. Ich bleib hier unten. Ich sag dir Bescheid, wenn einer kommt, ja? Achso, das bist du. Okay, weil... Ja, ich bin hier unten. Ich bin Team grün, ne? Du bist auch Team grün. Ja, ich meine, wir können uns ja auch angreifen. Pass auf, hier kommt so ein Gelbi. Der müsste ziemlich down sein. Jetzt habe ich den oft... Ja, der ist down da. Hinter uns ist ein blauer, hinter uns ist ein blauer. Ich gehe auf den blauen und du auf die anderen. Achtung, da kommt noch einer. Der rennt einfach nur. Eigentlich habe... Ich glaube, jetzt hätte ich genug... Jetzt hätten wir der Basis genug Gold für noch ein Eisenschwert. Ja, ich bleib einfach noch hier und warte, bis was kommt. Da kommt wieder gleich einer von den Gelben. Nee, der haut ab. Die haben Angst vor uns, weil ich alles necke. Da kommt ein blauer. Warte, ich... Dann geht die auf den... Ja, der macht nichts. Pass auf, der will zu uns. Der will einfach zu... Warte, ich... Oh, Alter, was ist das für ein... Was ist... Alter, das sind unsere Schafe. Die sind grün, wie du siehst, ja? Alter. Das ist irgendeiner von unserem Team. Und jetzt wetten... Die bemerken den gleich nicht mal, wenn er in der Basis ist. Doch, die geraten den schon an. Die greifen den... Achtung, Achtung, Gelbe, komm, hilf mir bitte. Ja, ich bin schon... Ich war grad bei uns, der ist runtergefallen. Ja, die kannst du vergessen. Warum kommen die mit nichts? Ich verstehe das nicht. Wir müssten jetzt echt mal... Hast du ne Spitzhacke? Ja, hab ich. Wir müssen jetzt echt einfach mal auf irgendein Team los, ne? Warte, ich hol mir davor noch das Eisenschwert, ja? Jo, ich... Ich halte so lange die Mitte. Okay. Da kommt Team Gelb mit nichts. Und ich hol auch noch... Mit ne Hand. Ich hol auch noch ne gescheite Spitzhacke da dazu. Äh... Ja, also... Soll ich unserem Team gleich mal irgendwie so was wie waschrein? Warum campen die alle nur an der Basis? Das sind echt voll die Camper. Ich muss übrigens aus der Mitte raus. Äh, wir sollten mal waschen. Ein Team. Alle zusammen. Ich hab wieder viel Gold mitgebracht, ne? Sehr nett. Wenn da jetzt noch Gold... Das ist kein Gold mehr in der Kiste. Hast du alles rausgenommen? Äh... Nö, ich hatte... Also ich hatte da was reingeliegt. Und dann hatte ich noch Gold, was ich bei mir dabei hab. Und dann hab ich mir jetzt ein Eisenschwert geholt. Ja, ich wollte mir nämlich gerade ein Eisenschwert machen. Aber das wird ja jetzt nicht. Das wird tatsächlich nix. Hast du nur ein Gold für mich? Nee, hab ich nicht. Tut mir leid. Ich wollte mir jetzt ne gescheite Spitzhacke noch kaufen. Oh, hier sind zwei Gold jetzt drin. Das ist cool. Der hat einen hingelegt. Hm, der ist nett, ne? So. Also ich hätte alles, was ich bräuchte zum Ruschen. Jo, ich hab auch was. Ich bin durch. Ach nee, ich hab nichts zu essen. Warte, warte, warte. Ich hab, ich hab Essen. Ich geb dir. Warte. Du gibst es mir? Oh ja, gibst du mir. Ich geb es dir, so. Ich geb dir. Äh, gut. Dann würde ich sagen... Snacken wir uns mal. Mit welchem Team? Team Gelb ist am schlechtesten ausgerüstet. Team Gelb, ne? Das ist ziemlich blau. Oder sollen wir auf Team Blau gehen, weil die hier gerade so lustig in der Mitte sind? Warte, das ist noch einer? Ist auch tot. So. Gut, dann auf welches Team gehen? Achtung, da kommt noch mal einer. Ja, dann Team Blau. Jetzt haben die gar nichts mehr. Ja gut, gehen wir auf Team Blau. Oh, die haben ja schön, dass man nicht runterfallen kann. Das ist aber nicht von denen. Das ist richtig schön, wenn die sowas machen, ne? Das ist perfekt. Na du? Genau, ich hoffe, dass... Ähm, what the fuck? Oh, was? Ich bin runtergefallen. Ich bin genau in das Loch gefallen. Du bist ein Idiot. Du auch, oder? Gut, dann muss ich jetzt ihre Basis raiden, oder? Man droppt keine Sachen, wenn man stirbt, oder? Ne, leider nicht. Scheiße! Du bist auch runtergefallen. Ja. Okay, komm, wir versuchen gleich noch... Das ist kacke. Aber wenigstens haben wir im Team Leute, die rumstehen und verteidigen. Ja, weißt du, mir wäre es lieber, wenn die ein bisschen mitwaschen würden. Ja. Ehrlich gesagt. So. Ich brauche ein bisschen Kupfer. Ist ja schön, dass die Sachen, die ich mir da zurückgelegt hatte, noch da sind. Ähm, was brauchst du? Schwert bräuchte ich. Ja, warte, ich mach dir das jetzt mit. Ich rüste mich erstmal vollkommen aus. Ich habe noch ein bisschen Eisen liegt hier noch. Äh, eigentlich liegt auf jeden Fall noch was. Ich hole noch mal ein bisschen Essen. Ja, ich mach jetzt zwei... Ich muss noch was beim Eisen ist. Ähm, ich mach zwei bessere Goldschwerter, ne? Du, Red. So, zack, zack, zack. Also Rüstung habe ich, ne? Ja, ja, hier, warte. Ja, ja. Liegt neben dir. Dankeschön. Gut, dann, äh, Bogen schenken wir uns jetzt einfach mal, oder? Ja, brauchen wir nicht. Ich hole ganz kurz, aber trotzdem... Ne Spitzhacke. Ne Spitzhacke. Achso, machst du, okay, gut. Eine reicht, oder? Ich nehm ne gut, hol du dir aber trotzdem noch ne billige Rüge, falls du was hast. Oh, das hat schon jemand... Okay, ich geh auf jeden Fall jetzt mal in die Mitte. Ich hole noch eine Spitzhacke, ne schlechte. Und wenn ich sagen, gehen wir jetzt so ein anderes Team, oder? Komm, 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 wir gehen schnell auf Team Rot, schnell auf Team Rot. Die sind nicht da, ne? Doch, 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 Team Rot. Komm bitte auf Team Rot. Ich bin auf dem Weg. Ich bin gleich in der Mitte. Ich glaube, die haben das... Ich glaube, die haben das Bett von Team Blau abgebaut. Ja, deswegen meine ich, die sind nicht da. Okay, ja, dann, äh... Go, 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 go. Da ist nur einer. Da ist nur einer in der Base. Pass auf, dass du nicht runterfällst. Ich pass auch auf. Ja, da sind sie jetzt wieder alle. Aber die haben nicht so viel. Die haben gar nichts. Die können wir jetzt wegschneiden. Schnell killen, bevor die was... Die beiden hier runterschubsen. Wo ist das Bett? Das ist drüben. Wir brauchen Blöcke, um uns da rüberzubauen. Ich hab... Ich hab Blöcke. Ich hab Blöcke. Ja, dann, ich kümmere mich um die Typen und du kümmerst dich um... Hier. Aber wo ist es? Ach, da hinten. Muss ich mich da jetzt... Alter, wenn die mich... Mach, 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 mach. Kümmer mich. Ich töte sie die ganze Zeit. Ja, dann musst du die aber ablenken. Weil die müssen mich nur einmal runterschubsen. Die töten mich die ganze Zeit. Ich töte die die ganze Zeit. Pass auf, dass die mich nicht runterschubsen, bitte. Mach einfach weiter. Siehst du mich? Ja, ja, ich halt sie von dir fern. Die sind... Die kommen nicht zu dir. Der eine rennt in die Mitte. Perfekt. Good job, bro. Very good job. Okay, einer ist in der Mitte von den Roten, ne? Ach, nee. Jetzt hier wieder zurück. Alle sind tot, oder? Ich hab auf jeden Fall ne Menge Eisen. Äh, ne Menge, Menge Eisen. Guck mal, was in den Kisten von denen drin ist. Hier ist nix. Machst du? Ich geh schon zu Team Gelb. Warte, ich hol mir jetzt mal so die Bonsenrüstung schlechthin. Obwohl, ein Roter lebt noch. Pass auf. Warte, ich hab auch ne Bonsenrüstung für dich, ne? Der Rote ist bei uns. Der Letzte. Scheiße. Aber bei uns ist doch jemand, oder? Nee, der ist grad runtergefallen. Warte, warte. Ich glaub, wir müssen mal schnell zu uns verteidigen, weil da werden grad ein paar Leute von uns gekriegt, ne? Oh mein Gott, da sind Gelbe. Die Gelben sind da, die Gelben sind da. Ja, die rennen schnell zu uns. Wir sind grün, ne? Ja, wir sind grün. Okay, der Gelbe ist tot. Okay, warte, ich renne schnell zu uns. Alter! Bei meinem... Nee, es ist... Ich hab alle getötet. Es war nur eine. Okay, okay, sehr gut. Warte, ich hab ne... Ich hab ne gute Rüstung für dich. Äh, hier. Das ist die Beste. Nur für dich. Er hat sie! Oh, die sind demisch wieder hier. Er hat sie reingelegt, er hat sie reingelegt. Ich hol den... Ich hol noch den einen Roten. Da müssen wir auf Team Gelb gehen. Ich glaub, Team Gelb ist aber gerade rüstungstechnisch sehr gut ausgerüstet. Aber die haben wir eben ganz gut abgehalten aus der Mitte. Mach's gut. Äh, der... Letzte Rote ist auch, ne? Gut. Gut, dann kommen wir in die Mitte. Warte, ich hol mir das Gold. Warte, ich hab jetzt... Wie viel... Sieben Gold kostet? Ne, fünf Gold kostet. Ich hab ein. Ja, gib her, dann hab ich zehn. Dann komm ich gleich mit zwei Eisenspittern. Okay. Wär aber ein Bogen nicht sinnvoller, wenn die da jetzt so... Na gut, dann warte ich hier und pass auf, dass keiner von denen hier in die Mitte kommt. Okay? Was soll ich ein... Ich mach einfach ein Eisenschwert einbogen. Oh, oh, warte. Pass auf. Die, du, ähm... Die haben sich da unten lang gebaut. Ja, ich bin runtergefallen. Fuck, er hat mich getroffen. Oh, scheiße. Das Gold ist weg. Okay. Ach Gott, wie machen wir das jetzt? Das heißt, die kommen zu uns und wir wollen zu denen. So, der eine hier, der hat einen Bogen. Das heißt, ich darf da auf keinen Fall rauf. Gott, ist der blöd. Der hat sich gerade so blöd angestellt. Ich finde es schade, dass sie das Inventar nicht droppen. Na, aber ich finde es auch ganz gut. Marcel, dann komm jetzt in die Mitte, dann rushen wir schnell rüber, wenn die jetzt bei uns rushen wollen. Dann müssen wir gucken, wer zuerst die Betten abbaut. Wo bist du, Marcel? Ich bin, äh, bei uns und machen wir... Ich rüste mich gerade neu aus. Oh mein Gott, schrei mich nicht an. Kartoffelchen. Gut, dann hole ich hier noch Gold. Weißt du was, ich renne jetzt schnell zu denen, oder? Ich wollte eigentlich, äh, die... Ich trau mich nicht alleine, weil das ist das Problem. Die können mich einfach runterschubsen. Ja, ich habe Angst, dass die jetzt bei uns hochschwimmen. Ey, der eine, der hat ja nix jetzt. Okay, die sind da nicht... Achso, die sind von... Also manchmal habe ich das Gefühl, manche Leute hacken ein bisschen. Egal. Also der Weg, der Weg unten rum, der kommt von uns. Echt? Okay, welcher Dude hat den? Egal. Ähm, wir sollten jetzt langsam... Gut, dann auf geht's. Ich hoffe, der Typ, der Grüne von uns, der ist so schlau und kommt jetzt mit und hilft uns. Oh nein, ich wurde geblendet. TNT. Ich habe ein Shrap ausgelöst. Pass auf, vor dir ist einer. Ich sehe nichts. Ich habe nichts gesehen. Fuck, habe ich dich gekillt? Nee, kannst du nicht. Wir können uns nicht angreifen, oder? Das ist gut. Aber ich habe eine Falle ausgelöst. Ich bin gleich tot. Ich bin... Okay, ich bin tot. Scheiße. Okay, das war es mit der guten Position in der Mitte. Okay, wir haben echtes Problem. Hm. Äh, du, da ist sogar noch ein Bogen in der Kiste, ne? Wir bräuchten nur einen Fall. Ja, ich habe jetzt 29 Eisen. Okay, kannst du mir bitte auch gleich Schwerter kaufen? Ähm, ja. Du, ich habe für dich ein Schwert. Ich kaufe dir auch gleich Rüstung mit. Äh, da gibt es in die Kiste. Nicht da, aber nicht, dass es gleich einer klaut. Hast du da, das Schwert in die Kiste gelegt? Nee, ich habe gar nichts in die Kiste gelegt. Gut. Da liegt Eisen. Ja, das habe ich da hingelegt. So, was... Oh, wer hat diese Schafe? Die sind so blöd, diese... Die bringen doch gar nichts. Kiste, Kiste, äh, Rüstung und so liegt in Kiste. Ey, diese Schafe, die springen selbst runter. Wer hat diese Kack-Dinger gekauft, ey? Oh, jetzt explodieren die hier auch noch. Wer kauft die? Ohne Spaß. Das ist von immer normal hier. So, ich bin wieder ausgerüstet. Also, ich mache das Eisen noch ein und bin nett. Ja, gut, ich habe... Naja, ich habe keine... Ach, ich kaufe noch schnell Blöcke. Ja, mach das. Und eine Spitzhacke. Nicht vergessen. Ich versuche so lange, die Mitte zu halten. Ich kaufe die billige... Ich kaufe die billige Spitzhacke. Das ist ja ja auch... Oder, nee, ich kaufe die teure, die ist schon ganz gut. Die bringt es echt, eigentlich. Ja. Gut. Also, dieser Weg da unten, der macht mir echt Angst. Ja, der ist ziemlich scheiße. Vor allem, die können einfach so in den Wasserfall hochschwimmen. Ja, aber die kommen nicht runter, die anderen. Ja, das stimmt. Und dann würde ich sagen, rush mir nochmal zu denen. Du gehst vor, du hast die beste Rüstung, okay? Auf dem Bett, Dach ist gelb. Kommst du, hey, hey, hey. Jo, ich bin hinter dir, aber was... Auf dem Bett, Dach ist gelb. Was? Hä? Ach, auf dem Dach über dem Bett ist wahrscheinlich... Ich bin gleich tot. Oder nicht gleich, ich muss auch auf jeden Fall was wissen. Da ist nur der eine. Hier hasten zwei. Ja, da sind mehrere. Einen habe ich. Und der andere ist runtergefallen. Die sind tot. Okay. Bau dich rüber, bau dich rüber. Ja, ich darf mich hier wieder... Scheiße, unser Bett wurde abgeräumt. Egal, egal, egal. Ich töte sie, ich töte sie. Ich baue mich hier, ich baue mich gleich jetzt rüber. Du musst aufpassen, dass die... Ja, bau dich schneller rüber. Ich töte sie die ganze Zeit im Spawn. Warte, wenn wir sie zuerst auslöschen, haben wir gewonnen, oder? Ja, haben wir. Mach das Bett, ich habe sie dann alle. Ja, ich beeile mich doch schon. Das Bett von denen ist kaputt. Das sind alle tot. Ich habe sie alle runtergeschmissen. Nee, nee, einer lebt noch. Einer lebt noch? Einer lebt noch, aber egal. Den kriegen wir, den kriegen wir. Ja, ich würde sagen... Ey, das läuft ja richtig gut. Wir sind... Wir sind gut. Wo ist der... Wo ist der andere? Da ist einer... Ja, wo ist der? War da nicht eben einer noch bei mir, oder ist er einfach da so runtergefallen? Aber ich darf jetzt nicht sterben, ne? Oh, hier ist ein Ender-Chest. Geil. Ich darf nicht sterben, ne? Nee, du darfst nicht sterben, sonst bist du raus. Aber wir sind eh in der Überzahl. Das heißt, wir gewinnen wahrscheinlich sowieso. Der ist bei uns. Der ist bei uns. Der ist bei uns, okay. Ja, der sneakt da. Dann holen wir uns den einfach, oder? Warte, ich kaufe mir hier schnell Pfeil und Bogen. Fuck, ich brauche Gold. Einen richtig guten Bogen kaufen, ey. Scheiße, nein. Was kostet ein Pfeil? Warte, okay. Katze, ey. Ey, ich habe einen guten Bogen. Den Power-1-Bogen. Ein Pfeil kostet ein Gold übrigens. Ja, ich habe ihn. Ich habe es eben. Ja, ich habe den letzten. Oh, ja, nice. Okay, war auch nicht schön. Oder beziehungsweise einer von uns. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich würde sagen... Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschödelü. 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 Tschödelü.